Ein Berg in den unscheinbaren Ausläufern der Alpen ist Schauplatz eines großen Dramas. Und das Drama hält bis heute an. Niemand weiß, was dieser Berg in Zukunft noch anrichten kann. Über einen der am besten bekannten und trotzdem völlig unbekannten Berge geht es heute in Berge im Porträt der Hochvogel. Der Hochvogel. Nachdem wir in den letzten Wochen Daulagiri, Shishapangma und Co. besprochen haben, kehren wir heute in eine Welt zurück, die wir alle gut kennen. Die Ostalpen. Der Hochvogel liegt in den Allgäuer Alpen, in der Hochvogelgruppe. Die Allgäuer Alpen verlaufen zwischen dem Bodensee und dem Lechtal und sind mit dem großen Grottenkopf als den höchsten Allgäuer mit 2656 Metern als höchsten Punkt eher ein Mittelgebirge. Unscheinbar könnte man meinen, aber der Hochvogel ist da anders. Er ist rein optisch schon ein echter Eyecatcher. Schließlich ragt er mit seinen gewaltigen und steilen Flanken empor und aus allen Richtungen ist er gut zu sehen. Hier beispielsweise der Blick von Nordwesten auf den Hochvogel. Aber warum schauen wir uns jetzt genau diesen Berg an? Das Spannendste an der Form des Hochvogels mag seine Optik sein, aber nur bis man erstmals hört, dieser Berg droht einzustürzen wie ein unkontrolliert gesprengter Wolkenkratzer. Eine Gefahr, die in den Ostalpen in diesem Ausmaß eher selten ist. Aber so ist er nun mal, der Hochvogel. Wie die anderen Hohen Allgäuer besteht der Hochvogel aus Dolomit. Und die Eigenschaften von Dolomit sind zum einen, dass er äußerst mächtige, steile Felswände bilden kann. Und zum anderen, dass er im Kleinen wie auch im Großen Ganzen sehr brüchig sein kann. Und das ist der Hochvogel schon immer. Ein erster bekannter Felssturz am Hochvogel ereignete sich am 27. Mai 1935. Das zeigen zumindest die Aufzeichnungen des Prinz-Luitpold-Hauses, welches auf 1846 Metern ein Zwischenziel auf dem Weg zum Hochvogel-Gipfel ist. Doch die Hütte selbst war davon nicht betroffen. Das nordwestlich gelegene Schutzhaus war vor dem Felssturz im Südwesten sicher. Doch erstmals war klar, der Hochvogel ist nicht ganz ungefährlich. Dieser Felssturz vor bald 100 Jahren blieb kein Einzelfall. Jährlich zerbröselte der Berg Stück für Stück mehr. 2005, 2007 und 2016 gab es immer wieder äußerst große Felsstürze am Hochvogel. Selbst die Zeitungen titelten damals, der Hochvogel wirft ganze Hochhäuser ab. Die Landesgeologen in Tirol wurden auf den Plan gerufen, um den Berg immer genauer und detaillierter zu beobachten. Und allein schon die Aufzeichnungen und Beobachtungen machten eine Schlussfolgerung klar. Die Menschen müssen vor dem Hochvogel geschützt werden, denn er ist stellenweise einfach zu gefährlich. So wurde vor wenigen Jahren der Aufstieg über die Südostquerung gesperrt. Denn hier lauert die nächste Gefahr eines gigantischen Felssturzes, der jeden Berggeher dieser Wege zerquetschen würde. Spannend zu beobachten sind die Entwicklungen ebenfalls am Gipfel. Denn hier öffnete sich ein kleiner Riss vor etwa 50 Jahren immer weiter. Die Bergsteiger und Forscher begannen diesen Riss immer weiter zu beobachten und es stellte sich heraus, er wächst. Und zwar in seiner Länge als auch in seiner Breite. Das brachte natürlich neue Sorgen und Fragen. Was passiert hier mit diesem Berg? Der Hochvogel wurde daraufhin zu einem neuen eigenen Forschungsprojekt für viele Geologen. Denn so viele leicht erkennbare und deutliche Bewegungen eines kompletten Berges, das ist eine absolute Ausnahmesituation und eine große Gelegenheit. Das hatte zur Folge, dass unfassbar viele Messinstrumente und Forschungsstationen im Miniaturformat auf den Hochvogel gebracht wurden. Viele Forscher begeben sich jedes Jahr auf den Hochvogel, um die Einrichtungen zu adaptieren und zu verbessern. Denn viele Messinstrumente leiden auch immer wieder unter den rasanten Veränderungen des Berges, sodass Seile immer wieder neu gespannt werden müssen und Instrumente korrigiert. Doch die Beobachtungen und die Mühen, die sind es allemal wert. Denn heute ist klar, der Hochvogel bewegt sich rasant weiter, aber nicht in ein und dieselbe Richtung. Die große Felsspalte am Gipfel des Berges teilt den Gipfelaufbau in zwei Teile, die auseinanderdriften. In Bergdimensionen gesehen in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Jeden Monat öffnet sich die Spalte um mehrere Millimeter. In vielen Jahren ist das eine außerordentliche Summe. In den Jahren zwischen 2014 und 2018 sind stolze 30 Zentimeter dazugekommen. Und das in der Breite. 260 Kubikmeter Fels könnten dann in die Tiefe stürzen. Der Mensch dabei vollkommen machtlos. Das Volumen des möglichen Felssturzes entspricht dem Raumvolumen von zwei Drittel des Deutschen Reichstags. Doch wie der Hochvogel letztlich zusammenstürzt, ob es viele kleine Felsstürze mit mehreren tausend Kubikmetern sein werden, oder ein gewaltiger Felssturz, der den halben Gipfelaufbau in die Versenkung treibt, das weiß man bis heute nicht ganz genau. Trotzdem gibt es seitens der Geologen auch gute Nachrichten. Der Berg steht unter besserer Beobachtung als die meisten Berge in den gesamten Alpen. Somit lassen sich Ereignisse zwar nicht solide prognostizieren, aber wenige Tage zuvor eine Risikoanalyse die Wahrscheinlichkeit abstecken und so Wege zumindest rechtzeitig sperren. Dank empfindlicher Messinstrumente ist es sogar möglich, die Frequenzen der Felsbewegungen zu hören. Doch gesperrte Wege, Felsstürze und Co., das war eine lange Zeit vollkommen uninteressant. Bereits 1767 soll ein Hirtenjunge den Hochvogel erklommen haben. Offizielle Aufzeichnungen darüber gibt es aber nicht. Rund 70 Jahre später kam der Bergsteiger Trubizius und bestieg den Hochvogel 1832. Nun war eine erste Ersteigung auch dokumentiert. Die erste touristische Begehung aber erfolgte erst 1869 von Hermann von Barth. Er machte sich am 19. Juli 1869 auf den Weg von Sonthofen aus und erreichte den Gipfel am Abend. Hier übernachtete er dann. Am nächsten Tag aber nahm er einen anderen Weg zurück, wehnte den Abstieg über die Südflanke ins Roska. Somit war auch die erste Überschreitung des Hochvogels geglückt. Daraufhin folgte die touristische Erschließung mit dem Prinz-Lütpold-Haus. Das wurde in der Nazizeit erst zu nur Lütpold-Haus umbenannt, nur um es nach dem Krieg dann wieder zu Prinz-Lütpold-Haus zu machen. Diese Hütte ist auch heute noch der Stützpunkt und Pausenplatz für fast alle Bergsteiger, die auf den Hochvogel wollen. Der Weg über den Bäumenheimer Weg wird aufgrund der enormen Steinschläge nicht mehr begangen. Mittlerweile ist er wieder am Weg zu einem verwilderten Zustand. Geöffnet wird dieser Weg wohl nie wieder. Doch damit ist er nicht allein. Auch viele Kletterrouten am Hochvogel warten lange auf Wiederholungen und Begehr. Die Südostwand im 5. Grad, die Südwestwand im 4. Grad oder der Westpfeiler im Schwierigkeitsgrad 6+. All diese Touren sind heute nur noch Relikte einer Zeit, in denen die Menschen die Bewegungen des Berges noch nicht vernehmen konnten und die Touren am Hochvogel noch ein klein wenig sicherer waren. Heute sind Klettertouren am Hochvogel eine seltene Angelegenheit geworden. Kaum niemand riskiert im langen, imposanten, aber auch extrem brüchigen und einsturzgefährdeten Wänden so fahrlässig und freiwillig sein Leben. Es wäre das Äquivalent zur Begehung einer Häuserruine, kurz nachdem darin eine Bombe einschlug. Doch wenige Wege, die über den kalten Winkel und den heutigen Normalweg über das Prinz-Lödpold-Haus sind auch heute noch zu begehen. Deshalb bleibt der Berg vor allem auch durch seine spannende Geschichte und vor allem durch seine noch viel spannendere Zukunft immer im Gespräch. Niemand weiß genau, wann der Hochvogel seine letzten Minuten haben wird. Niemand weiß genau, was passieren wird, wenn der große Brocken am Hochvogel letztlich abstürzt und was dann aus dem letzten Funken Hochvogel ganz oben am Gipfel wird. All das sind Dinge, die zeigen, dass der Mensch gerade in den Bergen ein Zuschauer, ein Beobachter, ein Entdecker und ein Lebenskünstler sein muss, aber eines sicher nicht hat. Der Mensch hat am Berg viele Dinge nicht im Griff. Und das ist gut so. Wenn euch die heutige Episode Berge im Porträt mit einem der spannendsten Berge unserer unscheinbaren Nordostalpen gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal auf dem Hochvogel, Hochkogel, Hochvogel wart und wie ihr die Tour so fandet. Würde mich wirklich interessieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch natürlich wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch.